So, habt ihr euch was Gutes vorgenommen für das neue Jahr? Gute Vorsätze? Sie haben ein bisschen aus der Mode gekommen, weil hält man eh nicht ein oder so. Hat sich jemand was Gutes vorgenommen, was Neues vorgenommen? Meldet euch mal ein bisschen. Ah, okay, wir arbeiten daran noch im Lauf des Gottesdienstes. Genau, ja, ich habe gestern mit jemandem geredet, von unserer Nachbarschaft da, und meinte, ja, was nimmst du dir vor für das nächste Jahr? Ja, nichts. Wird sich ja eh nichts ändern. Bleibt doch alles beim Gleichen. Hm, ja, kommt einem bekannt vor? Okay. Oder soll es besser werden? Vertraue ich darauf, dass nächstes Jahr, also dieses Jahr, dass es ein gutes Jahr wird. Dass Gott da reinkommt, dass da was passiert. Also nörgeln oder nötigen, das sind die zwei Alternativen. Nörgeln oder nötigen. Nörgeln, da sind mir gleich diese zwei Herren eingefallen. Kennt ihr bestimmt aus der Muppet Show, die auf dem Balkon immer nur so, nichts selber machen, nichts anpacken, nicht irgendwie, immer nur krümmel, 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 krümmel. Genau, in der Zeitung stand, wir sind ein Land, der Nörgler meckern, mosern, murren, ständig kritisieren. Okay, gleich wieder eins drauf. Aber gehen wir weiter zu nötigen. Darum soll es nämlich gehen. Genau, was soll ich sagen? Nötigung, das ist gar nicht ganz ungefährlich. Nämlich Nötigung ist eine unzulässige Gewaltandrohung, die das Opfer zu einer unerwünschten Handlung zwingt. Also er wird einem Gewalt angedroht, um eine Handlung zu begehen, die man eigentlich gar nicht wollte. Genau, manche fahren dann dicht auf oder so. Da steht übrigens Gefängnis bis zu drei Jahre drauf. Also Obacht, es kann also Konsequenzen haben. Genau. Die Kunst des Nötigens. Dürfen wir Gott nötigen für 2017? Dürfen wir Gott sagen, wir brauchen das. Wir drohen dir was, weil wir was brauchen von dir. Wir wollen vorankommen. Wir möchten 2017 gesegnet werden von dir. So, wir seid mittendrin im Teil 2 einer Predigtreihe, die gestern Abend angefangen hat. Also sorry, wenn ihr nicht da wart. Genau, aber es gibt eine kurze Rückschau. Die Kunst des Nötigens. Eine Geschichte im Alten Testament aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Eine Frau in Schunem lebt dort und die hat das drauf. Die kann nötigen. Frauen machen das ja meist so ein bisschen subtiler oder so. Die hupen und drängeln nicht so laut, die haben so andere Wege und so. Und davon wollen wir aber was lernen. Gestern Abend ging es um den ersten Teil der Geschichte, was bisher geschah. Der Prophet Elisa. Erstens, sie sah etwas. Genau, ich lese euch die Verse nochmal vor. Es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Elisa, einer der Propheten im Alten Testament, wird in so ein paar interessante Geschichten geschrieben stehen. Der war unterwegs und ging durch Schunem. Dort war eine reiche Frau. Sie nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Mann. Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Der erste Punkt war also, sie sieht etwas, was die anderen noch gar nicht sehen. Sie sieht schon, da ist ein besonderer Mann, da liegt Segen drauf. Sie sieht etwas in ihrem Dorf, weil der läuft eigentlich nur durch. Das waren so die Karmel, waren so auf dem Berg, diese Anbetungssachen. Und in Jericho war die Prophetenschule. Und die sind da immer, das war so, also ungefähr so ein strammer Tagesmarsch. Und von Schunem bis Karmel vollends, der ist nur durchgereist. Aber sie hat etwas gesehen und hat gesagt, Jesus, nicht Jesus, der kommt später. Elisa, du sollst bei mir essen. Ich sehe da schon was, was da ist. Sie nötigt ihn, zum Essen zu kommen. Ich musste da an so osteuropäische Reisen denken. Genötigt wird zu essen und noch und noch. Genau, und dann ist man schon ganz satt. Sie hat wirklich, sie hat da was gesehen. Siehst du was, 2016, wo ist Gott da durch dein Dorf gekommen? Im letzten Jahr. Wo ist er wie so fast unsichtbar durchgegangen? Aber du hast ihn vielleicht hier und da gesehen. Wo möchtest du Jesus im nächsten Jahr sehen? 2017. Wo soll er da eingeladen werden, genötigt werden? Also sie sieht etwas. Zweitens, sie bereitet sich vor. Vers 10. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Zweitens, sie bereitet sich vor. Der ist noch gar nicht da, aber sie möchte was vorbereiten, dass noch mehr Begegnung stattfinden kann, dass noch mehr Segen stattfinden kann. Zusammen essen ist okay. Tischgebet ist okay, super, aber es soll mehr sein. Die Frage, die hier dahinter steckt, ist, wie viel Jesus darf es denn sein 2017? Tischgebet, okay, guter Start. Aber bereite ich Jesus einen Raum in meinem nächsten Jahr? Bereite ich Jesus Raum? Richte ich diesen Raum auch ein? Soll das schön sein? Soll Jesus sich da wohlfühlen in meinem nächsten Jahr? Sie bereitet sich vor, auch wenn er noch gar nicht da ist. Und das ist, glaube ich, die Kunst des Glaubens. Schon was vorzubereiten, obwohl er noch gar nicht da ist. Das schon einzurichten, ein Bett zu bauen, einen Leuchter, richtige Mauern hinzustellen, ein ordentliches Zimmer zu machen, Raum zu machen für Jesus im nächsten Jahr. So, dann drittens. Sie wartet auf das Wunder. Ab Vers 11. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und darin schlief. Also jetzt wird die Kammer gefüllt. Manchmal dauert das einen Moment. Aber dann kommt Gott und füllt dann diese Räume, die wir ihm geben. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi, ruf die schonem Mieterin. Und als Gehasi sie rief, trat sie vor ihn hin. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen. Sage ihr, siehe, du hast uns all diesen Dienst getan. Was soll ich dir tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmann? Und sie sprach, ich wohne sicher unter meinen Leuten. Was wünschst du dir 2017? Eigentlich geht es uns so gut. Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Sie wohnt sicher unter ihren Leuten. Ihr geht es gut. Sie war angesehen, sie hatte keine Nöte. Irgendwie, es ging ihr gut. Sie hat so ein bisschen gesagt, ja, nee, passt schon. Genau, habe ich Erwartungen an Jesus 2017? Elisa sprach. Was soll ich dir dann tun? Was soll ich dir dann tun? Gehasi sprach. Also der Diener kam dann drauf. Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach. Ruf sie her. Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach. Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach. Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes. Täusche deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte. Erst hat sie abgewunken. Sie hat gedacht, hey, ich habe alles. Und selbst als dann der Diener den wunden Punkt getroffen hat. Du hast keinen Sohn und dein Mann ist schon alt. Da geht es nicht nur um das Thema Kinderlosigkeit, sondern um ihre Zukunft. Wovon soll sie leben? Der Mann mal stirbt. Sie als Frau allein in der Kultur. Das waren Zukunftsängste, die hier angesprochen werden. Und genau da legt der Elisa seinen Finger oder Gottesfinger hinein und sagt ihm, hier möchte ich dir begegnen im nächsten Jahr. Da, wo du gedacht hast, ich habe eigentlich schon alles, stimmt auch. Aber gibt es da nicht diesen einen Punkt oder dieses eine Thema, was ich irgendwie schon abgeschlossen habe? Da komme ich von selber schon fast nicht mehr drauf. Möchte Jesus genau da reinkommen im nächsten Jahr? Wo möchtest du Jesus begegnen im nächsten Jahr? Ich möchte euch jetzt Gelegenheit geben, über diese Frage nachzudenken und zu beten. Trevor ist schon oben. Wir werden jetzt einfach ein bisschen Hintergrundmusik hören und stellt doch mal, kommt ins Gebet, ins Gespräch mit Gott. Was möchtest du 2017 mit mir erreichen? Wo möchtest du mir begegnen? Wo möchtest du einen Wunsch öffnen und mich erfüllen? Mehr ein Wunder schenken? Genau. Nutzt diese Zeit, kommt ins Gespräch mit Gott. Eigentlich könnte diese Geschichte doch hier jetzt zu Ende sein. Mein Opa hat mir mal gesagt, wenn in einem Film am Ende dieses kommt, the end, oder the end, dann heißt es, alle sind glücklich. Eigentlich könnte die Geschichte doch jetzt hier zu Ende sein. Das Wunder ist geschehen, sie hat einen Sohn gekriegt, alles ist gut. Aber ganz so naiv ist das Leben nicht. Ganz so einfach ist das Leben manchmal nicht. Da gibt es Gegenwind. Die Geschichte geht weiter. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern ging, also auf dem Feld gearbeitet hat, und sprach zu seinem Vater, Oh, mein Kopf, mein Kopf. Er sprach zu seinem Knecht, bring ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag, da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, Schick mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will eilends zu dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach, warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lass es gut sein. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht, Treib an und halt mich nicht auf beim Reiten, bis ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Kamel. Viertens, sie hat großen Glauben. Da ist plötzlich das Wunder, was sie in Händen hält, ist ihr plötzlich wie zwischen den Fingern zerronnen. Das Wunder, was Gott geschenkt hat, stirbt. Manchmal ist es im Glauben so, dass wir diese Dinge nicht so im Fest, im Griff haben, dann hat man was erlebt und hat auch einen Schritt gemacht, aber das ist nicht so mathematisch, das bleibt nicht unbedingt. Es kann passieren, dass 2017 was wegkommt von dem, wo du dachtest, das habe ich doch schon erreicht. Was ist hier los? Er sollte jetzt zum Einsatz kommen, jetzt war er wahrscheinlich alt genug, um mitzuhelfen auf dem Feld, mit dem Vater jetzt losgezogen auf den Acker, jetzt sollte das Wunder zum Einsatz kommen und plötzlich kriegt es Kopfweh. Ausleger vermuten Hitzschlag irgendwie und dann gestorben. Das Wunder stirbt. Was jetzt? Sind wir nicht so naiv und denken, dass 2017 nur alles rosig wird? Es gibt auch im nächsten Jahr Kräfte, geistliche Mächte und Kräfte, die demgegenstehen. Es gibt Gegenwind in unserer Welt. Da braucht man gar nicht viel umschauen. Es kann sein, dass da plötzlich was stirbt. Sei nicht überrascht, wenn es eng wird. Sei nicht überrascht, wenn 2017 auch Gegenwind aufkommt. Sei nicht überrascht, wenn plötzlich Menschen dich auslachen oder wenn dir Hohn entgegenkommt oder Streit plötzlich aufbricht, Konflikte, wo man es gar nicht gedacht hätte. Privat oder in der Gemeinde oder in unserer Welt. Ihr habt sicher schon gelesen, dass wieder ein Anschlag in der Türkei war. Mitten vor unserer Tür, vor der Tür Europas herrscht eine Unruhe und eine Gewalt und tritt ja bis in unser Land hinein. Lass uns nicht überrascht sein. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? 2017 nörgeln oder nötigen? Geben wir auf? Die Frau hätte aufgeben können. Sie hätte sagen können, gut, dann hätte es wohl nicht sollen sein. Oder bleiben wir dran und nötigen Gott und sagen Gott, du hast es doch versprochen und ich bleibe jetzt hier dran. Sie bleibt dran. Die schone Mieterin, sie will zu dem Mann Gottes und lässt sich von niemandem aufhalten. Ist ja irgendwie interessant in der Geschichte zuerst, dann fragt der Mann, ja warum willst du denn jetzt hingehen? So, musst du denn schon wieder in die Kirche rennen oder so? Heute ist doch gar nicht Sonntag und kein hoher Feiertag. Und sie sagt nur, ja, lass gut sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, es ist gut. Die will schnell los. Genau. Aber vielleicht merkt sie auch schon was davon, dass es gut ist, weil Gott gut ist. Weil eigentlich ist ja gerade gar nichts gut. Ihr Sohn ist gestorben. Aber sie sagt, ich weiß, Gott ist gut und deswegen ist es auch gut. Er ist gut. Deswegen ist es gut. Zumindest strahlt sie eine Entschlossenheit aus. Lässt sich dann nicht abhalten und sagt dem Diener schon, vielleicht als Vorsorge, selbst wenn ich mal müde aussehe, lass uns durchlaufen. Der Esel soll keine Pause haben und ich auch nicht. Ich habe sie jetzt eilig. Ich bin auf dem Weg. Sie ist fest entschlossen. Sie weiß, sie muss zu Elisa, dem Boten Gottes. Es ist gut. Heißt nicht passiv zu sein. Heißt nicht so zu tun, als ob nichts wäre. Sondern heißt, sich auf den Weg zu machen. Fest entschlossen zu sein. Aktiv zu werden. Sie hat Glauben für 2017, weil sie weiß, Gott ist gut. Sie ist fest entschlossen. Und deswegen wollen wir nachher auch dafür beten, dass die Dinge, die Gott euch vielleicht vorhin gezeigt hat, eben noch, dass die Dinge in Erfüllung gehen, dass wir Kraft haben, wenn der Gegenwind kommt. Wir werden nachher die Möglichkeit haben, dass wir füreinander beten. Es wird Abendmahl geben, aber es gibt einen Segenstunnel, werde ich nachher noch erklären. Es gibt im Nebenraum die Möglichkeit, sich segnen zu lassen, sich salben zu lassen fürs nächste Jahr. Weil wir wissen, wir sind fest entschlossen und da kann auch Gegenwind kommen. Und vielleicht sagst du, Mensch, mein Glaube für 2017 ist gerade gar nicht so groß. Aber dafür sind wir Gemeinde. Wenn jeder seinen Glauben, seine Entschlossenheit in diese Waagschale wirft, dann bringt der eine mal viel mit und der andere braucht gerade was. Der hat gerade nicht so viel. Und deswegen brauchen wir Gemeinde und brauchen wir Gebet füreinander und miteinander. Und das machen wir nachher. Wenn du sagst, mein Glaube ist gerade nicht so groß. Du bist super hier. Weil jemand anders hat ein bisschen mehr Glaube mitgebracht. Das reicht für dich mit. Sie war fest entschlossen. So, weiter geht's. Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Vers 25 bis 31. Also sie zog hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Aber als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, Siehe, die schöne Mieterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frag sie, ob es ihrem Mann und ihrem Sohn gut gehe. Und sie sprach, gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Sie sprach, wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen? Er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüß dich jemand, so danke ihm nicht und lege meinen Stab auf das Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen her, der war wahrscheinlich ein bisschen jünger, ein bisschen flotter unterwegs und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Hier geht es, also die können einen richtigen Reiseunternehmen aufmachen. Wie viel hier, die geht da hin und soll nicht gegrüßen und dann kommt der entgegen und dann soll nur der Diener gehen mit dem Stab und so und dann geht der aber doch mit. Also die Frau ist total entschlossen. Die kämpft für ihren Sohn. Die weiß, was sie braucht. Die braucht Gott. Das ist jeweils immer 20 Kilometer, was die hier gerade hin und her laufen, also jeweils ein strammer Tagesmarsch. Die Frau ist fest entschlossen, Gott hinzuzuholen in ihr Thema, in ihr Problem. Zuerst fragt der Mann, was ist denn los, warum willst du denn jetzt schon wieder da hin und so. Der Mann kommt eh ein bisschen blass weg in der Geschichte, aber so ist es manchmal. Der Diener Gehasi, der fragt ihn, ja wie geht es dir? Und sie sagt, ja gut. Und so, als man merkt, die kämpft, die lässt sich nicht ablenken. Egal was kommt. Die hat ein Ziel. Na, was ist dein Ziel für 2017? Wo sagst du, das möchte ich erreichen mit Gott und da darf mich nichts abhalten und da lasse ich mich nicht ablenken, weil das passiert ja so schnell. Das kennen wir alle. Da sitze ich da, möchte die Predigt vorbereiten und dann kommt dies und das und dies und das und der Postbote klingelt und ich könnte mir ja noch einen Kaffee machen. Und ist die neue SIM-Karte eigentlich angekommen, diese Nano und so. Ha, ein bisschen kühl hier, ich könnte mal den Ofen noch wärmer machen oder so aufs Klo und nochmal eben. Wo ist eigentlich meine neue Lutherbibel? Ha, eine Stunde ist dahin. Kennt ihr das? Ja. Die Frau hat ein Ziel hier, die lässt sich von nichts und niemand abhalten. Jemand hat mal gesagt, unser Problem ist, dass wir nur zu 20% unseres Lebens das machen, was wir wirklich wollen, was wirklich unsere Bestimmung ist. Und der Rest ist das noch und das noch und so vieles zerrt an uns und zieht und das muss man noch machen. Ja, genau, aber vielleicht kriegen wir es auf 30% oder ein bisschen mehr. Wissen, was möchte Gott von mir? Das ist natürlich die Voraussetzung. Dann kann ich fest entschlossen bleiben und in diesem Ziel mein Ziel auf Gott richten. Was sie dann erlebt ist Entmutigung. Da kommt der Diener wieder entgegen und hat gesagt, das mit dem Stab, das hat überhaupt nichts gebracht. Entmutigung, Enttäuschung. Was jetzt? Vielleicht war auch dein letztes Jahr nicht so doll. Vielleicht war 2016 auch Enttäuschung dabei. Vielleicht sagst du, Mensch, jetzt redet der hier so fromm und so, aber mein letztes Jahr war überhaupt nicht gut. Die Frau hat durchgezogen, die ist dran geblieben. Entmutigung hat so viel negative Kraft in unserem Leben, Enttäuschung hat so viel negative Kraft in unserem Leben, das kann uns total ausbremsen. Mach das nicht, gib nicht auf. Wir lernen von dieser Frau, an Gott dran zu bleiben, zu nötigen. Sie hat einen Grund gehabt, das endlich jetzt aufzugeben, aber sie sagt, nee, ich mach das nicht. Sie kommt zu Elisa und wirft sich auf den Boden und klammert sich um seine Füße. Das macht Frau nicht, Mann auch nicht. Aber sie hat gesagt, ich gehe hier nicht weg, ich halte den weg. Der kann ja nicht mal mehr weglaufen. Also die hat ihn richtig, richtig gecashed. Also die Frau hat echt Power, genau, und lässt sich nicht abhalten. Lasst uns doch noch mehr Jesus an den Füßen packen, dass er uns nicht abhanden kommt. Auch da, wo ich enttäuscht war und enttäuscht wurde oder wo ich entmutigt bin, zu sagen, jetzt erst recht, jetzt halte ich Jesus fest. Und ich lasse nicht von ihm ab, bis er nicht mitkommt. Und ja, dann soll der Diener auch gehen und er kann ja den Stab mitkommen, aber ich, du Elisa, du musst auch mitkommen, du selber musst da hin. Sie sagt ja dann, wenn du nicht mitkommst, das ist so eine hebräische Schwurformel, da spricht man den zweiten Teil nicht aus, weil man die bösen Sachen, ja also die schlimmen Sachen nicht aussprechen soll. Also das ist so, wenn du nicht mitkommst, Punkt, Punkt, Punkt. So kennt ihr auch solche Sätze, gell? Genau, sie ist fest entschlossen und sie klammert sich an Jesus im übertragenen Sinn. Sie weiß, er kann helfen. Wenn du nicht mitgehst, dann macht es keinen Sinn. Klammer dich an die Zusagen Gottes fürs nächste Jahr. Klammer dich an das, was in Gottes Wort steht, wo feststeht, was Gott über uns denkt und was er für uns hat. Wer es sein möchte in meinem Lebenshaus, halte daran fest. Lass dich nicht entmutigen, sei fest entschlossen. Und der letzte Punkt, von Jesus umarmt werden. Die Geschichte geht weiter, Vers 32. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn und stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf das Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde das Kindesleib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und dann stieg er wieder aufs Bett und breitete sich über ihn. Dann meine Lieblingsstelle. Da nieste der Knabe siebenmal. Super, gell? Danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf dich schon eine Mieterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Und er sprach, da nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen, nochmal, aber diesmal aus Dank, neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Die Geschichte ist schon irgendwie klasse, gell? Also unsere Tochter niest morgens auch, wenn sie aufwacht. Hat wahrscheinlich was mit Staub zu tun oder so. Ich finde die Geschichte so klasse. Da kommt so viel Leben rüber und da kommt was rüber, was bis heute in unser Leben hineinstrahlen kann. Ich glaube, dass hier von Jesus schon die Rede ist. Weil Gott bringt hier durch Wärme und Nähe, da hat dieses Elisa, Totes zu neuem Leben. Seine Hände auf die Hände von diesem Kind, seine Augen auf dessen Augen und sein Mund auf dessen Mund. Da legt sich wie Jesus auf mein Leben. Das, was bei mir vielleicht tot geworden ist, was nicht mehr gelebt, nicht mehr lebhaft ist, nicht mehr lebt, erweckt Jesus zu neuem Leben. Diese Stellvertretung, und da sprechen wir vom Kreuz, er geht in den Tod. Er legt sich auf das, was in meinem Leben tot ist. Und dann wie saugt er das raus und ich darf in neues Leben hineinkommen. Merkt ihr was? Hier legt sich Jesus auf mein Leben. Darf er das? Darf Jesus sich auf dein neues Jahr legen? Komplett. Mit seinen Augen, mit seinen Händen, mit seinem Mund. Darf er deinen Mund berühren, dass du das sprichst, was ihm gefällt? Dass du seinen Mund wirst 2017. Darf er deine Augen leiten, dass du das siehst, was er siehst? Dürfen deine Augen seine Augen werden? Und seine Hände, das tun in dieser Welt, was er tun möchte. Das wird fast schon ein bisschen mystisch, aber so Jesus legt sich über mein komplettes Leben. Und Jesus erneuert das, dann wird Jesus meine Hände. Seine Hände werden meine Hände. Ich habe vor einiger Zeit das schon mal erlebt, wie Gott bei mir ein Wunder getan hat und mich geheilt hat. Ich hatte vor einiger Zeit, das ist mal erzählt, so eine Hautkrankheit, Nesselsucht heißt das, wo die Haut ganz empfindlich ist, wenn man da so drüber reibt, dann wird das rot und juckt. Und die Ärztin hat mir nicht viel Hoffnung gemacht, Antihistaminika oder so ähnlich hießen die Sachen. Verschrieben und dann geht das halt weg, aber das macht müde und hat auch den Hang dazu, sich daran zu gewöhnen, davon abhängig zu werden. Und ich habe immer wieder gebetet und gesagt, Gott macht das heil, macht das gesund. Und irgendwann habe ich angefangen zu beten, Jesus, das ist jetzt nicht mehr deine Haut, nicht mehr meine Haut, sondern das ist jetzt deine Haut. Ich ziehe jetzt deine Haut an, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist es, ich muss das nicht mehr sein. Und er hat es, er hat Hände, er hat Augen, er hat Ohren, er hat unsere Haut. Wir wollen auch nachher für Heilung beten, dass wir das in Anspruch nehmen, was er für uns ist, dass er sich über unser ganzes Leben legt und dass er zum Leben bringt, was schon tot geglaubt ist, was tot gegangen ist, was gestorben ist, dass er das wieder aufherweckt zu neuem Leben. Er macht Neues in unserem Leben und dann sind wir bei der Jahreslosung. Ezekiel 36, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das macht doch Hoffnung, nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Liebe, aus seinem Geist, durch sein Herz, durch seine Hände, durch seinen Mund, durch seine Augen. Amen. 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 Amen.